hey ich bin da ich bin wieder zu hause ist das schön ich habe jetzt eigentlich schon ferien weil jetzt die restliche zeit bis weihnachten habe ich homeoffice und ich meine sie hat ja auch schon ferien ich meine deswegen habe ich mich auch für homeoffice eingesetzt und jetzt kann ich zeit mit selina verbringen tolle neuigkeiten wo ist denn jetzt selina dies jetzt nicht rausgegangen oder gut ist jetzt noch früh aber hätte sie mir bescheid geben können selina was hast du wieder in unserem schlafzimmer zu suchen mittagsschlaf gemacht weil euer bett viel bequemer als meine couch wann hast du das letzte mal mittagsschlaf gemacht kannst du was mir erzählt du warst doch wieder an den klamotten von deiner mutter du weißt doch ganz genau dass sie das nicht möchte ab ins esszimmer wir sprechen jetzt darüber also unfassbar hinsetzen ganz schnell ganz schnell junge dame selina du weißt wir haben hier sowas wie regeln bei uns sagt ihr dieses wort was kannst du dieses wort definieren vielleicht für mich einmal richtig und was darfst du eigentlich nicht wenn deine mutter nicht da ist oder du deiner mutter noch nicht bescheid gegeben hast du hast total recht papa ich bin jetzt ein bisschen ja genau 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 du hättest es nicht machen soll das siehst du gerade selber ein ja genau und ich sehe das selber ein weil ich bin ein sehr reflektierter mensch und deshalb weiß ich gut gut alles klar du hast es verstanden finde ich sehr gut und ich werde ihr nichts sagen ja aber ich habe noch was viel besseres und deswegen bin ich auch heute früher zu hause denn ich habe jetzt auf der arbeit geklärt dass ich bis weihnachten home office habe und das heißt wir können jetzt jeden tag zu hause zusammen verbringen natürlich muss ich auch ein paar stunden arbeiten aber eigentlich bin ich mit meinen projekten schon durch das heißt wir können wirklich machen was wir wollen wir sind ständig zusammen Vater und Tochter es geht doch nicht besser Freust du dich ja ich finde ja freu dich doch mal wirklich toll Papa super du bleibst zu hause Ja also was sollen wir machen hast du schon einen Plan oder Also erstmal könntest du vielleicht was einkaufen gehen Haben wir nichts mehr? Nein Gar nichts mehr? Nein also ich weiß Mama war gestern einkaufen und ich habe alles aufgegessen weil mir war so langweilig Soll ich jetzt einkaufen? Ja Papa du musst bitte einkaufen gehen und zwar brauche ich ganz dringend was Süßes Das war mir wieder klar ist okay ist okay ich werde für uns ein bisschen einkaufen Ja aber Papa kannst du bitte vielleicht in den Bioladen gehen denn ich weiß der ist ein bisschen weiter weg Ja ist okay wenn du mir das Geld danach gibst dann mache ich das Nein mache ich nicht Ja bis später und nicht vergessen ich bin bald da Endlich Feierabend wie du so anstrengend Wie müssen eigentlich alle schon da sein? Selina? 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 Mist Oh Selina oh wo hast du die denn gefunden? Ähm die also ähm ich wollte dass ich äh zufällig Alles gut Selina ist super super weißt du wie lange ich die gesucht habe jetzt können wir endlich für Weihnachten dekorieren Ich habe die glaube anderthalb Jahre gesucht oder so Wo waren die denn? Äh bei dir hinten im Schrank Ach im Schrank hinten was ist das denn? Das ist Deko Selina das können wir Wir können gleich Weihnachten dekorieren Schön auch vielen Dank dass du die gefunden hast Äh okay Mann ey das gibt es doch einfach nicht Mama und Papa haben die Geschenke doch normalerweise immer am gleichen Ort versteckt Was ist denn wenn die dieses Jahr Weihnachten einfach vergessen haben und dann weiß ich gar nicht vorher was ich bekomme und dann kann ich gar nicht mehr intervenieren Ich glaube ich rufe Oma an Hallo Hallo Oma hier ist Selina Dankeschön nein ich rufe an also okay Oma pass auf Es ist total schlimm ich glaube Mama und Papa haben gar keine Geschenke für mich gekauft dieses Jahr Schatz bist du schon zu Hause? Hey ja Kannst du mir bei den Einkäufen kurz helfen? Ich hab das Essen auf dem Herd frag mal bitte Selina Ja mach ich Selina? Ich hab wirklich überall gesucht Oma Ich hab überhaupt nichts gefunden Meine Mama im Schrank war nix Meine Papa im Schrank war nix Nee ich hab nur so blöde Deko Geschenke gefunden Aber ich muss doch wissen ob die irgendwelche guten Geschenke für mich haben dieses Jahr Und vielleicht haben sie es komplett vergessen und schenken mir einfach gar nix Ich glaub dann muss man mir ein bisschen mehr schenken Dein Ernst? Sofort auflegen Sofort auflegen Sofort Ich hab alles gehört Auflegen Mama ich glaube ich bin aufgeflogen Wenn ich in 10 Minuten nicht zurückrufe hol mich bitte ab Ja kann sie kann sie auch gerne Sag mal geht es eigentlich noch bei dir? Ich hab das alles mit gehört gerade Also ganz ehrlich was für eine Frechheit ist das eigentlich? Naja ihr habt halt noch keine Geschenke Also ich wollte einfach nur mal gucken ob ihr was Gutes für mich habt Damit ich gegebenenfalls Oma und Opa noch sagen kann Selina jetzt weiß ich auch warum du im Schlafzimmer warst Sag mir nicht du hast nach den Geschenken gesucht oder so Natürlich hab ich nach den Geschenken gesucht Warum machst du sowas? Naja weil Es ist Weihnachten und da ist halt Überraschung immer gut Ja aber ihr seid halt auch manchmal ein bisschen uncool Und deshalb wollte ich halt Ihr habt dieses Jahr nach keinem Wunschzettel von mir gefragt Und dann hat es mich halt total verwundert Aber das da wo sonst die Geschenke immer sind Da weiß ich halt dieses Jahr nicht Und wo sie sonst sind? Heißt das du hast die letzten Jahre auch immer gesucht und gefunden? Ja was kann ich dafür wenn ihr das immer mal gesucht Der Preis für die schlechteste Tochter dieses Jahr geht ganz klar an dich Selina Warum vertraust du uns einfach nicht? Naja weil weißt du noch an Weihnachten vor vier Jahren An Weihnachten vor vier Jahren? Du hast ihr mir einfach ein Zehnerpack Socken geschenkt Ja und? Das ist halt manchmal so Halt Papa das war extrem uncool Seh wie du lachst das ist nicht uncool Dir hat es gefallen Selina ich habe dir ein neues Handy gekauft und ich dachte damit wäre die Sache jetzt mal durch Nenn aber das war doch nicht zu Weihnachten Wow wow weil es nicht zu Weihnachten war sondern ein paar Tage vorher Weil du es ja unbedingt brauchtest Habt ihr denn jetzt Geschenke für mich oder nicht? Äh Pfff Ich glaube schon also Du glaubst? Was wird das denn für ein Weihnachten wenn ich gar nichts auspacken kann unter dem Baum? Aber Papa es tut mir wirklich leid und ich verspreche dass ich das nächstes Jahr nicht mache Vielleicht übernächstes Jahr aber Ja dann bist du vielleicht auch schon ausgezogen wer weiß Kannst du mir eine Sache versprechen? Hm Kannst du es nicht Mama erzählen? Schon die zweite Sache heute Kannst du es nicht Mama erzählen? Soll ich Mama schon wieder anlügen? Kannst du es nicht Mama erzählen? Selina du hast Glück dass du meine Tochter bist und jetzt ruf lieber Oma an weil sonst macht sie sich noch Sorgen weil die zehn Minuten sind gleich vorbei Also du erzählst es nicht Mama? Ich erzähle es nicht ja aber ich will so ein Telefonat nicht noch einmal mitbekommen ist das klar ist das klar ist das klar ist schon okay ich sag nichts okay ich kann So schlimm sehe ich auch nicht aus ich habe alles gehört du kannst gleich wieder reingehen was hast du gehört du hast doch gar nichts gehört Was darf ich nicht wissen? Äh dass ich meine Haare färben möchte ja ja Äh ja ich habe alles gehört irgendwas soll ich schon wieder nicht wissen Selina hat nach den Geschenken gesucht ich bin weg Papa Ich habe Weihnachtsgeschenke gesucht weil ich wissen wollte ob ihr was cooles habt Und du hast jetzt wirklich gedacht dass diese kleinen Geschenke wahrscheinlich für dich sind Ja ich dachte Ach Gott schon Selina Du das ist ja auch gar nicht so schlimm ne aber du nimmst ja Ich habe Brühe auch immer nach den Geschenken gesucht den hatte Oma immer im Schrank hinten auch im Schlafzimmer die geschenkt Deswegen habe ich die auch ja ich muss mir was Neues anfangen lassen aber Selina dann nimmst du dir doch die ganze Freude an Weihnachten Naja aber weißt du es war das eine Weihnachten wo ihr mir nur so ein Geschenk hat Ja das hat dein Vater rausgesucht da habe ich den Vater rausgesucht Ja und seitdem muss ich immer gucken ob das was cooles ist damit ich sonst noch Oma Bescheid sagen kann Ja Selina du wirst halt älter es wird auch schwieriger so und dein Vater brauche ich nicht fragen was wir dir schenken Ich habe eine Idee pass auf wir haben ja jetzt so eine ganz ganz Kleinigkeit für dich wir gehen einfach nochmal zusammen Du guckst was du haben willst und vielleicht bringt dir das ja Weihnachtsmann auf Das finde ich super Mama das ist eine richtig gute Idee Dankeschön Ähm und ich glaube kannst du vielleicht mit Papa nochmal reden ich glaube der ist ein bisschen wütend auf mich Wütend? Wegen den Geschenken? Ja Schatz? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Du kannst doch Selina nicht so anmeckern nur weil sie die Geschenke gesucht hat Nur weil sie die Geschenke gesucht hat? Ist das dein Ernst? Also erstmal Schatz bist du derjenige der jedes Jahr guckt was er geschenkt bekommt zu Weihnachten Ja und? Ja siehst du und bist du verrückt ich glaube sie hat Oma angerufen wenn sie Oma anruft Oh das interessiert mich sowas von gar nicht Wenn deine Schwiegermutter hier auftaucht und dich wieder rund macht deswegen du weißt was dann hier los ist Also solange mein Vater nicht vorbeischaut ist alles in Ordnung aber trotzdem Meine Mutter ist viel viel schlimmer deswegen Wollen wir jetzt darüber diskutieren oder über Selina? Ja weil ich sag du kannst Selina nicht so vollmeckern weil dann kommt Oma hierher und dann Ich habe doch gesagt dass ich es eigentlich nicht dir erzählen wollte aber dann ist es halt ne ist es so passiert wie es passiert ist Es ist halt wie es ist kann jetzt nichts dafür so Ja weil Willst du jetzt mir die Schuld dafür geben? Nein aber du solltest nicht bei Selina nochmal entschuldigen Ja ist okay ich gehe und entschuldige mich für was auch immer Ja dass du sie so angemeckert hast Ist schon in Ordnung Ja Ich habe das Prinzip verstanden ich werde mich bei ihr entschuldigen und gut ist Ja ist sehr gut ich gehe dabei mit Selina einkaufen wir gucken jetzt nach Weihnachtsgeschenken weil sonst kriegt sie ja wieder Socken wie du ihr vor 4 Jahren siehst du Ich habe dir gesagt die wird uns das ewig keine vorhalten Die hat sie immer noch an Ihr trotzdem wirft sie uns Ja also es bringt doch was vor 4 Jahren Ja viel Spaß Leute meine kurze Frage an euch Habt ihr auch schon mal aus Versehen ein Geschenk geöffnet oder gefunden zu Hause? Schreibt es mal gerne in die Kommentare Ich sag schon mal nichts Oh Gott ich hab nen Geist gesehen Ist okay ich sag schon nicht Du bist ja immer noch am Lachen Ihr kriegt immer noch zu viel Ja komm hier Konzentration Professionell Mit sowas muss ich arbeiten Geht dir das Leute? Wir haben noch 5 Videos haben wir heute noch auf der Agenda Los jetzt Los dann mal ganz neig Los dann die Kräfte Los dann